Moin moin Freunde, in der heutigen Folge möchte ich hier die rückwärtige Wand fertig machen. Da wollte ich ein Blumendekor drauf machen und ja, das Material ist für die Tische ist gekommen. Ich kann das alles fließen und alles ein bisschen stabiler machen und vielleicht kriege ich auch noch die ein oder andere Minifigur hier reingezaubert. Aber wir fangen jetzt erstmal mit der Wand hier hinten an. How I build a Lego Castle from scratch. Episode 137. Bevor ich mit der Wand anfangen kann, muss ich erstmal zumindest den unteren Teil vom Kamin fertig machen. Also hier einmal Feuer rein und dann hier oben einmal wollte ich ja so eine Art Sims dahin setzen. Das muss auch einmal fertig gemacht werden und dann muss ich mir Gedanken machen, ob ich die Verbindung, ob ich die so lassen kann oder ob ich da was komplett anderes mir überlegen muss. Aber ich baue jetzt erstmal am Kamin noch ein bisschen. So sieht jetzt der Kamin aus, ein bisschen eingeräuchert. Die Fahne da oben, da kommt noch ein Sticker drauf und dann kriegt das Ganze noch mehr Farbe. Gut, ich setze erstmal wieder das Podest ein. Ich habe das nur einmal rausgenommen, damit man den Kamin einmal in voller Pracht sehen kann. Hier hinten habe ich wieder mit diesen riesen Wedge Plates gearbeitet und zwar habe ich zweimal die gleiche Plate um eine Noppe versetzt, zusammengesetzt. Dann kriege ich hier so eine angefasste Ecke. Mal gucken, ob das hinhaut. Und ganz unten habe ich nochmal mit einer Plate aufgedoppelt. Kann das auch noch, im Winkel ist noch leicht verstellbar. Mal gucken, ob das hinhaut. Gut, einmal Podest wieder rein und dann geht das an die Rückwand. Die Unterkonstruktion der rückwärtigen Wand steht soweit. Muss ich nachher später noch genau anpassen. In der Höhe kommt dann noch eine Lage rauf, kommen dann noch zwei Lagen rauf. Das ergibt sich erst, wenn ich beim nächsten oder übernächsten Mal mit den Fenstern anfange. Aber auf diese genoppte Fläche kommen jetzt Bricks rauf. Und auf die Bricks kommen dann eine Lage Plates. Und auf die Plates kommt dann das Dekor mit Fliesen. Obwohl die Plates gehören eigentlich auch schon zum Dekor. Aber das seht ihr gleich. Der Wandaufbau ist soweit abgeschlossen. Kann man schon sehen, hier einmal die Brick Modifieds, eine Lage normale Steine und die grünen Platten. Und auf die grünen Platten kommen jetzt nochmal Fliesen rauf, die dann das eigentliche Muster bilden. Hier oben der Kaminabschluss, der hat ein bisschen Kopfzerbrechen bereitet, weil das nicht genau passte. Hier konnte ich wunderbar mit Wedgeplates arbeiten. Also da ist wirklich, da kommt jetzt noch eine Lage rauf. Ich glaube, das ist sehr gut. Hier kommt nachher wieder das Podest vor. Hier unten wollte ich den unteren Bodenabschluss, der mache ich nochmal weiß. Das wird nachher auch die Farbe vom Rittersaal hier. Und darüber fängt dann das Muster an. So wollte ich das Blumendekor machen. Aber die Wand, die wird mir ehrlich gesagt zu dunkel. Das gefällt mir nicht. Ich hatte ursprünglich, hatte ich das Ganze auch mal so geplant, dass ich hier mit Weiß arbeite. Das ist ein ganz alter Entwurf. Das war mir zu regelmäßig. Und die roten Blumen gefallen mir auch nicht. Ich werde aber die weißen Fliesen nehmen und dann hier diese violettfarbenen Blüten. Mal gucken, wie das aussieht. Eben mit dem dunkelgrünen habe ich auch schon wieder angefangen, symmetrisch zu bauen. Ich habe jetzt einfach mal pauschal willkürlich da Blätter und Blüten hingesetzt und versuche das jetzt, die Zwischenräume mit Weiß aufzufüllen. Das ist, glaube ich, sieht organischer aus. So richtig überzeugt mich das auch noch nicht. Also ich brauche ein großflächiges, wiederkehrendes Muster. Ich nehme das noch mal runter und ich werde mehr Blätter reinsetzen. So geht das nicht. So ähnlich, aber nicht so. Das ist jetzt eine ganz wilde Anordnung von dem Grünzeug. Aber das geht nicht. Also mich überzeugt das nicht. Ich werde das ganz stark reduzieren. Und zwar werde ich nur einen schmalen Streifen hier in dieser Höhe ungefähr einbauen. Aber den eventuell umlaufend im ganzen Raum. So, jetzt das Problem ist, um nach hier oben, dass nachher, wer das ja weiß, da fehlen mir die Wedgeplates. Also da werde ich heute nicht weiterkommen. Oder schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich finde, das ist viel zu viel. Also hier unten weiß, dann ein Streifen, drei bis fünf breit mit Grünzeug und Blüten. Und darüber dann auch wieder alles weiß. So ungefähr muss das passieren. Gut, ich werde jetzt noch mal die Tische bauen. Und gucken, ob ich hier noch ein bisschen Leben in die Bude kriege. Das sind die letzten Bilder für heute. Ich habe jetzt die Tische einmal schön dekoriert. Ein paar Leute da herangestellt. Hier vorne für die Hauptperson, sage ich mal, da muss ich nochmal ein neues Sticker machen. Auch hier für das Fähnchen, da bin ich leider nicht zugekommen. Aber das sieht doch schon mal ganz cool aus da oben. Einmal die Musikkapelle. Dann irgendein Bedienste, der da noch ein Süppchen vorbeibringt. Dann die ganzen Gäste. In der Mitte hier nochmal ein Brote. Ein Feuerschlucker. Und reich gedeckte Tische. Gut, das war's für heute. Ich bin raus. Ciao, ciao. 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 Ciao.